Hey Frank, der Herr ist wach. Bring ihm gefällig sein Morgenkaffee. Aber Bingel, das ist doch keine Art. So schlecht behandelt man doch seine Flöhe nicht. Da tust du auch gut daran, den Lauf zu ölen. Aber sollen wir dir einen guten Rat geben? Du solltest auch Kimmer und Korn nachfeilen. Weshalb denn das? Weshalb? Weil hier bei uns eine Sitte herrscht. Man steckt einem Fremden früher oder später den Gold tief in den Arsch. Und darum muss alles schön geschliffen sein, damit's nicht kratzt. Das interessiert doch nicht. Jedenfalls nicht Nobody. Was war das eben für ein Body? Das ist mein Name. Mein Name ist Nobody. Also wenn du vorgehabt hast, Eindruck auf uns zu schinden, das ist dir gelungen. Aber ich weiß nicht, ob... Ich kenn dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. In jedem Dorf gibt es einen Vollidioten, der ihn auf diese Weise begrüßt.